Rosa Delfine und durch Furzen kommunizieren? Das und mehr bei Facts About Facts. Fakt Nummer 1 Der Erfinder des Bikinis, Luis Real, war Maschinenbauingenieur. Fakt Nummer 2 Tintenfische können die Farbe ihrer Umgebung annehmen, obwohl sie farbenlid sind. Fakt Nummer 3 Im Amazonas leben rosafarbene Delfine. Fakt Nummer 4 120 Wassertropfen füllen einen Teelöffel. Fakt Nummer 5 Mit dem bloßen Auge kann man von der Erde nur rund 6.800 Sterne sehen. Fakt Nummer 6 Heringe kommunizieren durch Furzen. Fakt Nummer 7 Die Angst vorm Küssen heißt Philemaphobie. Fakt Nummer 8 Die Vertiefungen auf Golfbillen heißen Dimpels. Fakt Nummer 9 Ein Pferd kann bis zu 24 PS haben. Fakt Nummer 10 Es gibt etwa 85 Arten, seine Krawatte zu binden. Fakt Nummer 11 Eisbären sind Linkshänder. Fakt Nummer 12 Frauen können ihren Ellenbogen um rund 6 Grad weiter drehen als Männer. Fakt Nummer 13 Botox hilft gegen Migräne. Fakt Nummer 14 Zuckerwatte wurde von einem Zahnarzt erfunden. Da sehen wir uns bald wieder. Fakt Nummer 15 Der erste deutsche Rap stammte von Thomas Gottschalk. Er machte Rappers Delight zu Rappers Deutsch. Hier ein kleiner Ausschnitt. Leg mich nicht auf irgendwas fest. Ich hab die Scheuklappen dick. Das war's jetzt von der zweiten Folge Facts About Facts. Ich würde mich über etwas konstruktive Kritik oder einen Daumen hoch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao